Hallo liebe Leute, willkommen zu diesem Diskussionsdienstag. Und heute stelle ich euch mal die Frage, was ist denn eure Lieblingsband zurzeit? Was hört ihr zurzeit sehr gerne und welche Band favorisiert ihr zurzeit, so im September 2016? Schreibt es mir unter die Kommentare hier bei YouTube. Meine Meinung bzw. das, was ich höre, schreibe ich auch unter die Kommentare. Die könnt ihr dann da unter dem Video von YouTube sehen. Also, was ist eure Lieblingsband zurzeit? Gehen natürlich auch mehrere. Schreibt es drunter.